Herzlich willkommen bei einer neuen Körperreise, bei einer neuen Meditation. Und heute geht es vor allem um ein weibliches Thema, nämlich um Zysten auf den Geschlechtsteilen im Unterleib, also Gebärmutter oder natürlich Eierleiter, Eistöcke. Und wir werden uns heute mal so die weiblichen Geschlechtsorgane durcharbeiten und schauen, sind da Zysten, kann man die bearbeiten, was brauchen die, dass die weggehen, wegbleiben und nicht mehr wiederkommen. Und das alles natürlich auf einer energetischen Art und Weise. Noch einmal vorher der Reminder, diese Meditation ersetzt natürlich keinen Arztbesuch und ist auch kein ärztlicher Eingriff oder medizinischer Eingriff, sondern stellt eben eine energetische Behandlung, eine alternativenmedizinische Behandlung dar. Klar, aber wie gesagt, unbedingt alles mit dem Arzt abklären und sich nicht jetzt nur auf Videos oder generell zu Meditationen hier auf YouTube verlassen. Wenn wir das jetzt mal aus dem Weg räumen, möchte ich gleich mal dazu sagen, dass der Körper Unglaubliches leisten kann und auch dein Geist kann Unglaubliches leisten. Und wenn du dich auf Heilung fokussieren kannst, auf Harmonisierung deines Systems fokussieren kannst, dann kannst du unglaubliche Dinge bewegen. Und heute machen wir jetzt mal wirklich so eine Körperreise, Körperheilung, Unterleibszysten heilen. Schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und ich werde jetzt eben so über die geistige Welt mit dir an deinem Unterleib, an den Zysten, sollten welche da sein, arbeiten und wenn du dann mitmachen möchtest, dann sage jetzt in deinem Inneren einfach mal Ja, ich bin bereit für Heilung. Ja, ich bitte die geistige Welt, mich zu unterstützen. Sehr gut. Und wir beginnen jetzt erstmal, Unterleib hat immer so mit Nabelschakra, Wurzelschakra auch zu tun und wir beginnen jetzt erstmal mit einer Harmonisierung, so dieser unteren Chakren, zuerst des Wurzelschakras und das Wurzelschakra braucht jetzt erst einmal Mut und Würde, Stabilität und Kraft. Und stell dir das mal vor, dass deine Füße wie Wurzeln sind, wie die Wurzeln eines Baumes. Also deine Füße sind wie die Wurzeln eines Baumes und stehen ganz stabil da. Und die graben sich tief in die Erde hinein und finden dort Stabilität, Nahrung und Sicherheit. Und erlaube dir das jetzt einfach mal wahrzunehmen, dass du ganz stabil im Hier und Jetzt bist. Und dein Wurzelschakra öffnet sich. Das sitzt so im Prinzip zwischen deinen Beinen am Ende der Wirbelsäule. Da kannst du dir das vorstellen. Das öffnet sich. Und verbindet dich auch noch einmal mit der Erde. Und nun erlaube dir auch, dein Nabelschakra zu reinigen. Das ist so deine Identität, dein Ich oder dein Selbst, auch als Frau. Und das sind auch deine Geschlechtsteile darin enthalten, in diesem Nabelschakra. Das heißt also, alles was du unten hast, so Scheide, Gebärmutter, Eileiter, Eistöcke. Natürlich auch Harnröhrer, also das alles, dieser Bereich zählt zum Nabelschakra. Aber wir konzentrieren uns heute mal wirklich auf die Geschlechtsteile. Und stell dir jetzt einfach mal deine Gebärmutter, Scheide, Gebärmutter, Eileiter, Eistöcke vor. Visualisier die mal. Und wenn du dir das schwer vorstellen kannst, dann kannst du dir gerne hier auch noch mal pausieren und dir ein Bild anschauen. Einfach mal so ein Anatomiebild der weiblichen Geschlechtsorgane. Nur, dass du mal so ein Bild hast. Oder wenn du es dir nicht jetzt physisch vorstellen möchtest, dann nimm ein Symbol. Du kannst zum Beispiel eine Venus nehmen oder eine Blüte nehmen. Also einfach ein Bild für deine Geschlechtsorgane. Und nun, erlaube dir mal, dass jetzt mal Heilungsenergie durch deine Geschlechtsorgane fließt. Und wir fangen jetzt zuerst mal mit der Gebärmutter an, dass da eine tiefe Reinigung stattfindet. Und diese Reinigung von Scheide und Gebärmutter spült jetzt erst mal sämtliche Erfahrungen aus. Sämtliche Traumata aus, die dort gespeichert sind. Das können auch sexuelle Erlebnisse sein, Energien von Ex-Partnern. All das wird da jetzt mal gereinigt und spült sich aus. Und eine tiefe Heilungsenergie fließt in deine Gebärmutter, in deine Scheide. Und spült da jetzt mal alte Verkrustungen, Verklebungen aus. Du kannst dir das vorstellen wie eine Regelblutung, die sich da löst, ganz sanft, sodass der ganze Unterleibsbereich wirklich harmonisiert wird und sich reinigt. Alles, was da gespeichert ist, fließt wirklich durch dein Wurzelschakra, zwischen deinen Beinen raus, in die Erde hinein. Und du erlaubst dir jetzt auch, dass dein Gewebe optimal durchblutet wird. Die Gebärmutter, die Gebärmutter-Schleimhaut, die Gebärmutter innen als auch außen wird wirklich gereinigt. Und sämtliche fremde Energien lösen sich. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das jetzt wirklich so einmal so ein bisschen berühren, so zwischen deinen Händen, stellst dir mal vor, du hast da so deine Scheide, Gebärmutter, das hast du wie so einen Ballon, wie einen Luftballon. Und du schaust mal, ob du da irgendwas spüren kannst. Also Scheide rauf, Gebärmutter und fährst da mal innen ab. Und schaust da einfach mal, hast du das Gefühl, dass da irgendwas verdichtet ist, irgendwas härter ist. Und auch außen bei der Gebärmutter, wenn du rumfährst, hast du das Gefühl, dass es da irgendwo Anspannungen gibt oder irgendwo eine Erhebung gibt, irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das gehört hier nicht hin. Dann geh jetzt mal so deine Gebärmutterscheide durch, innen und außen. Und erlaube dir jetzt mal, das wahrzunehmen. Und solltest du das Gefühl haben, dass da irgendwo eine Verklebung, eine Verkrustung, irgendetwas dichter ist, jetzt nur mal bei der Gebärmutter, dann bitte jetzt mal die Heilungsenergie, das ganze so göttliches Licht, goldenes Licht, dass da wirklich die Heilung und Harmonisierung der Gebärmutter und Scheide, innen und außen, in dich einfließt. Und du spürst jetzt mal, dass dein Unterleib, deine Scheide diese Energien aufnimmt und auch die Gebärmutter, dass sie sich entspannt, dass sie weiter wird und freier und dass sämtliche Fremdenenergien oder auch Gewächse, Zysten sich verkleinern oder einfach auch auflösen, wenn das von oben erlaubt ist. Und wenn du das Gefühl hast, das ist etwas zu groß, dann bitte einfach mal wirklich so dieses Licht, das ist ganz sanft so, diese Zysten, Geschwülste einfach mal umhüllt und aus deiner Gebärmutter entfernt. Das kannst du dir vorstellen, wirklich wie bei einem Staubsauger, dass die wirklich nach oben abgesaugt werden und die leer werdenden Stellen, das wo was entfernt wird, füllt sich wieder mit absoluten Frieden und Heilung und Harmonie. Und du spürst jetzt, wie sich deine Gebärmutter, deine Scheide auch entspannt, wie wirklich so tiefe Reinigung weiter fließt. Und dann gehst du jetzt mal so deine Eileiter entlang, links und rechts bis zu deinen Eierstöcken und fühlst mal, wie sich die Eileiter anfühlen und die Eierstöcke. Und gibt es dort irgendwelche Fremdenenergien, gibt es dort irgendetwas, wo du das Gefühl hast, da steckt was drinnen, da ist was drauf. Dann beginnt jetzt mal so die Harmonie bei den Eileitern. Und erlaube dir da jetzt mal, wirklich Heilung linker Eileiter, Heilung rechter Eileiter und auch Heilung linker Eierstock, Heilung rechter Eierstock einfließen zu lassen. Fließt jetzt einfach mal Heilung und Harmonisierung rein, sodass dein System, dein Unterleib in göttliche Harmonie eintauchen kann. Sodass sich dein Unterleib wirklich in göttliche Harmonie hüllen kann und eintauchen kann. Und dass sich die Eileiter, Eierstöcke, Gebärmutter scheide, dass sich das wirklich absolut harmonisiert. Und es werden jetzt vor allem nochmal die Eileiter auch gereinigt, durchgeputzt, dass die gut durchlässig sind. Und auch die Eierstöcker werden jetzt gereinigt und gut durchgeputzt. Und jegliche fremde Energien werden entfernt. Die hüllen wir einfach in goldenes Licht und trennen wir von deinen Eileitern, Eierstöcken ab. Also deine Eierleiter, Eistöcke sind auf der einen Seite und alles, was nicht zu ihnen gehört, alles, was dieses System belastet, sind auf der anderen Seite und das wird jetzt abgetrennt und darf sich reinigen. Wenn du das Gefühl hast, dass sich da die fremden Energien lösen, dann lass da auch nochmal ganz viel Heilung in deinen Unterleib einfließen. Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Scheide. In die höchstmögliche Harmonie. Du bringst deinen Unterleib, deine Geschlechtsorgane, in die höchstmögliche Harmonie. Und du erlaubst dir jetzt wirklich so bedingungslose Liebe und Klarheit einfließen zu lassen. Sodass noch eine tiefe, tiefe Reinigung stattfinden kann. Und nun schaust du auch, was du jetzt im Energetischen brauchst, damit du die Heilung zu 100% annehmen kannst. Also was brauchst du, um die Heilung zu 100% anzunehmen? Lass das jetzt einfach mal einfließen. Und das fließt jetzt über das goldene Licht, über dein höheres Selbst oder deine geistigen Helfer und Führer, fließt diese Energie, was du benötigst, in dich ein. Und du erlaubst jetzt wirklich jegliche Belastung, jegliche Einschränkung, noch einmal so dem goldenen Licht zu übergeben. Heilung von allem, was nicht zu dir gehört. Das kann dein System verlassen und du musst nichts mehr mit dir herumtragen, was nicht zu dir gehört. Dein Unterleib ist ein Tempel, ist heilig. Dein Unterleib ist ein Tempel, er ist heil. Und erlaube dir jetzt noch mal, dass du deinen Unterleib mit weißem, strahlendem Licht füllst. Deine Eileiter, Eistöcke, Gebärmutter, Scheider. Und dieses Licht harmonisiert noch einmal deinen Unterleib. Und du spürst noch mal, wie noch mehr Ballast dich verlässt, wie du noch mehr zu dir kommst, in deine Mitte kommst. Und in dieser Energie, in dieser Schwingung bedanke dich jetzt mal bei deinen Geschlechtsorganen. Bedanke dich bei deinem Körper, bei deinem Dasein. Und auch bei der geistigen Welt, bei deinem höheren Selbst. Erlaube dir jetzt noch mal, diese Harmonie und Heilung absolut anzunehmen. die Gnade der Heilung. Alles Alte, Verbrauchte, Kranke, das jetzt gehen darf, verlässt dich. Und zurück bleibt absolutes Licht, Frieden und eine tiefe, tiefe Eigenliebe zu dir. Bedanke dich jetzt noch mal bei deinem höheren Selbst. Spür noch mal nach, wie es dir geht. Und lass ruhig in deinem Tempo noch immer wieder Heilenergie einfließen, goldenes Licht, das noch mal deinen Unterleib füllt, so dass du das Gefühl hast, du sitzt klar da, es fühlt sich alles ausgeglichen und harmonisch an. Und dann bedanke dich noch mal bei deinem höheren Selbst, bei deinem Körper, bei deinen Geschlechtsorganen. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spür noch mal nach. Wie ist es dir gegangen? Wie fühlt sich denn dein Körper an? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin schon gespannt drauf. Und ja, sage einfach mal, was du da für Erfahrungen gemacht hast während der Meditation. Wenn du noch mehr über Energiearbeit lernen möchtest und wie du selber noch mehr bewegen kannst, dann habe ich am 28. Juli in Linz einen Workshop Chakra Healing für dich, wo man wirklich in diese Energiezentren noch reinschaut und wo man das noch lernt, wie man das auch besser wahrnehmen kann und das trainieren kann. Also dann komm gerne vorbei, würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns demnächst wiedersehen, hier auf YouTube oder auch bei einem Einzeltermin. Und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017